Juhu! Äh, hier sind wir wieder. Äh, bei ein paar kleinen Runden QuickSG und äh, diesen Mal mag ich. Mh, glaub ich. So, den hol ich mir. Ich bin jetzt richtig optimistisch. Warum hab ich mich gerade vor den Typen gestellt? So, yeah. Alter, jetzt fühl ich mich richtig hart. Ich hab auch keine schlechte Rüstung soweit. Hm. Würde mich jetzt... Ich weiß gerade nicht, was ich davon überwille. Ah, jetzt hat er doch einen Steinschwert, ich wusste es. Ah, mh, scheiße, scheiße, scheiße. Aber wir haben einen gekillt. Ich würde sagen, also diese Runde lasse ich durchgehen. Ich nehme mich gerade schon die ganze Zeit auf und warte auf etwas bessere Runden. Damit ich, ähm, also, also, damit die Folgen nicht immer so werden, wie sie werden, halt. Scheiße, ja. Achso, ich hab noch mal eine Frage hier. Das ist auch nur ganz kurz. Ich kann es eigentlich auch hier mal fragen in den Chat. Aber da oben sind immer so Leute mit weißen Namen. Was bedeutet das? Also, ich weiß es nicht. Haben die irgendwie extra Rechte oder so? Na, egal. Wir sehen uns nach dem Cut wieder. Cut? Yo! Hier sind wir wieder nach dem Cut. Ne? Ähm. Und, äh, mal sehen, ob diese Runde jetzt erfolgreich wird. Hoffen wir es einfach. Scheiß, Rüssi, haben wir schon mal? Danke. Das war nett. Ich weiß gerade nicht, was das war. Hast du überhaupt keine Rüstung? Sag es mich an. Okay, das war aber gerade nicht so gut von mir gebettelt. Also, das war irgendwie... Das sah komisch aus. Oh, jetzt bin ich tot. Komm schon. Ah, schade. Ich glaube, ich hab ihn... Hab ich ihn noch getötet? Mit dem TNT? Ne. Okay. Ich hab aber zwei getötet. Das steigert sich hier gerade. Also, enorm. Enorm steigert sich das. Und die nächste Runde sehen wir uns in einer anderen Map. Und zwar in Altmetall. Altmetall. Tschüss. Oh, ja. Ja. Hier bin ich wieder. Äh. Und, und. Ich bin hier echt noch nie gespawnt in der Map. Äh. Also, also noch nicht an diesem Fleck. Und die erste Tour ist schon mal mega scheiße. Oh, die zweite ist gut. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Was? Alter. Alter. Junge. Ich dachte, der eine wäre auf K und dann schleudert mich da fast einer. Lol. Was? Achso. Okay. Leck. Äh. Wir haben aber schon wieder eingetötet. Also, die Runden, wo ich eintötete, da bin ich echt auch stolz auf mich. Und die, ähm, lade ich dann auch hoch. Oh, guck mal. Äh, ich beende hier diese Folge. Nein, beende ich die Folge? Ich will die Folge nicht beenden. Ich will noch einmal machen. Okay. Ist gleich. Oh, nein. Ich bin in Newtown reingegangen, oder? Oh, Hass-Map. Hass, 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 Hass. Oh, lieb, Map. Nein. Nein, der darf mich nicht killen. Maaah, verdammte Scheiße, warum sind die Runden immer so kurz? Wieso wohl? Aber wir haben schon wieder angekillt. Echt, also, also so langsam? Ich werde richtig ein PvP-Champ. Also, wir sehen uns nach dem Schnibbeledip wieder. Oh, jetzt hätt ich den Schnibbeledip ja gar nicht mehr. Weil, weil ich die Mapcam ausgemacht habe. Die Facecam. Achso, habe ich überhaupt schon den Grund dazu gemacht? Wenn ja, dann tut es mir leid. Ähm. Das ich jetzt normal mache, weil, äh, ja, okay, gut. Ich mach das nur deswegen, weil ich glaube, dass mich das etwas ablenkt. Sucht euch einen eigenen... Verlooten? Oh, Gott. Wirklich, genau, dass wir verlooten. Naja, ähm. Ich mach das eigentlich nur deswegen, weil ich glaube, dass sie mich ein bisschen abgelenkt hat. Äh, und man sieht ja auch, dass die Runden jetzt wesentlich besser sind. Ja. Ja. Naja, sieht man ja wirklich ein bisschen. Naja, egal. Ich rede hier die ganze Zeit rum und muss ich jetzt überhaupt noch einen Schnipp machen? Schnibbeli, Schnipp, Schnipp? Ne, 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 ne. Ich lass es mal, äh, bei, bei, hier so. Gin Tonic, nicer Name. Ist das, ist das nicht... Warte. Ne. Bin erst 13, aber ich glaube, ich weiß, was Gin Tonic ist. Oh. Eine Gefahr für mich? Nein, okay, gut, ähm. Oh, wo das... Kürbis. Kürbis. Welche Merk ist das? Alter, mein Magen hat gerade geknurrt, wie sonst was. Ich hab heute aber noch nichts gegessen. Und es ist 12.11 Uhr. Es ist nicht gesund, was ich mache. Äh. Ne, so nicht. Ha, Bitch. Nein. Äh. Ah. Alter, fuck, 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 fuck. Was? Ich bin... Ich steigere mich da jetzt nicht rein. Wir werden ja gar nicht verfolgt. Warum? Juhu. Haben wir das nicht schon? Warum nehme ich das alles mit? Nein! Ah. Aber wir haben einen Ebenbürtigen getötet. Der war wirklich ebenbürtig. Oh, warte mal. Da bin ich gespannt, wer gewinnt. Ja, ganz klar. Links, oder? Oh. Oh, halleluja. Gesegnet seinem Timecrafter-Elping. Oh, alter. Also Bodenschamp hier. Oh, pass auf, pass auf. Okay, okay. Hier. Jack... Jacker Nils. Ist noch hier, äh... Ne. Gin Tonic ist auch leider nicht mehr drin. Oh, alter. Hat es battelt hier. Komm mir grad vor, sie wie so... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Der hat nur ein... Haben die beide nur ein Holzspferd? Ne, der eine hat ja einen Steinsch... Oh, alter. Das wird jetzt wirklich knapp, glaub ich. Alter, voll der Bow-Spammer. Also ich find das ja jetzt nicht so schlimm, aber irgendwie ist das nicht so cool, find ich. Ja, ich mach das auch manchmal selber, aber... So... Extrem... Oh, ja. 10T. Damit die Blöcke kaputt gehen. Äh, alter, voll die Verfolgungsjagd hier. Wie viel leben noch? Es leben noch so viele, wo sind die denn alle? Die vercampen sich bestimmt. Naja, äh, ich... Ich beende... Boah, das Devage muss ich mir noch kurz angucken. Nette, für Timecrafter. Oh, alter Ease. Ease hat er den. Okay, alter Timecrafter geht ab, ey. Der wird nochmal ganz, ganz groß rausgekommen. Okay, er lässt jetzt wahrscheinlich die erstmal beide kämpfen. Und hittet den ein bisschen mit dem Bogen. Und jetzt, jetzt geht er ab. Oh, fettes Bogen-Battle. Alter, der hat aber auch Bogen-Skills, ey. Wie fühlt ihr das an? Hacker. Was? Das hab ich grad noch nicht gesagt. Komm schon. Ninox? Ninox fragt jetzt wahrscheinlich... Ich würd eigentlich fragen, fair. Weil so fair ist das, glaub ich, echt grad nicht. Voll die Bomberrüstung. Äh, er lässt erst mal ganz viele Sachen fallen. Ich weiß immer noch nicht, was das bedeutet. Nämmer egal. Alter, alter Timecrafter-LP. Combo. Hat den gerade am Anfang, glaub ich, ein bisschen gecombo-t? Yo, alter. Okay, GG. Stat, Timecrafter-LP, weil ich fand den voll gut. What? 3211. Alter, ne KD von fast 2. Ist der hier irgendwo da... ...bei? Alter, lol. Aber, alter, guck dir die Stats an. 239 gewonnene Spiele. Siegwahrscheinlichkeit 12,5. Okay, gut. Ähm. Der muss bestimmt, ähm, bessere Runden als ich. Aber egal. So, äh, ich beende jetzt hier mit die Folge, die wahrscheinlich jetzt eh schon Überlänge haben wird. Ähm. Oder soll ich die Runde noch spielen? Alter, das wird eine voll die lange Folge. Ich will die Runde eigentlich nicht mehr spielen. Naja, ich spiel die Runde noch. Oh, Mann. Hoffentlich ist es immer das Risiko, dass jemand reinkommt oder ruft. Even Mittagessen. Naja, mal sehen. So, ähm. Wo laufe ich hin? Wo ist ne Kiste? Oh, da ist ne Kiste. Uh. Wer ist das Equip? Äh, Wari. Hinter uns ist einer, glaub ich. Hinter uns ist keiner. Geil. Warte. Äh. Ähm. Kann, kann. Bräuchte vielleicht ne Kiste? Vielleicht? Ganz bisschen? Äh, vielleicht hier. Mhm. Ja. Das brauchten wir jetzt auch dringend. Äh. Hier. Oh. Das brauchten wir wirklich dringend. Die ist gelootet. Okay, komisch. Das ist ja ganz schön creepy. Nihihihihi. Geh auf, mit dem Boden rumzubacken. Kämpfe wie ein Mann. Nein. Jo, cool. Cool. Okay, die laufen da alle um. Dann... Äh, müssen wir mal ganz kurz gucken. Äh, wo, wo, wo? Wo will ich hin? Ich bin mir da unsicher. Okay, ich lau schon weg. Hä, was ist jetzt los? Ja, da nicht. Ich bin gar nicht mehr hier. Ich bin nicht hier. Ich war auch nie hier. Äh. Ist da gerade jemand an mir vorbeigelaufen? Nö. Okay, ich glaube, wir laufen einfach auch mal ganz kurz weg. Kann ich hier zwischen? Ich will gerne flüchten. Habe ich Pfeile? Scheiße, wir brauchen mal Pfeile. Das ist jetzt bis jetzt die längste Runde, die ich jemals gespielt habe. Nein. Oh, ein Pfeil. Jetzt sind wir reich. Okay, okay, gut. Die sind da unten gerade am Werke. Da laufe ich mal hinterher. Jetzt sind sie weg. Wo sind sie? Alter, ich weiß euch nicht. Ähm. Ähm. Wicht. So, ich wollte nur mal ganz kurz hier sagen, ich bin auch noch da, du. Alter, das sind hier alle Nudeln oder was? Was ist denn hier los? Hier sind irgendwie... Was ist los? Hier. So, den habe ich ein bisschen gehittet. Alter, fuck. Nein. Okay. Ich bin tot. Ähm. Na ja, damit beende ich jetzt diese etwas, äh, Folge mit Überlänge. Ähm. Ich weiß auch nicht. Ja. Aber es waren gute Runden, glaube ich. Ich wollte eigentlich, eigentlich mal ins Deathmatch kommen. Aber scheiß drauf. Ähm. 50 Sekunden hätte es noch gedauert. Na ja, okay. Wir gucken uns jetzt nicht mehr das Deathmatch an, weil sonst hat das bald eine Stunde hier. Es ist ja hier ein ganzer Tag bald. Und, ähm. Ja. Tschüssi.